Einstieg aber zu einem ganz anderen Thema. Es geht um die Wurst, deren Ruf aktuell bekanntlich ziemlich ramponiert ist. Die Internationale Krebsagentur der Weltgesundheitsorganisation, die gab gestern nämlich bekannt, künftig alle Nahrungsmittel als krebserregend zu klassifizieren, in denen rotes Fleisch verarbeitet wurde, also Fleisch von Schwein, Rind, Schaf, Pferd und Ziege. Wenn es so kommt, dann stütten Salami, Schinken, Brat und Brühwürste künftig auf derselben Gefahrenstufe wie Asbest, Alkohol und Tabakrauch. Mal ehrlich, geht das nicht ein bisschen zu weit? Diese Frage habe ich vorhin der Ernährungswissenschaftlerin und Krebsforscherin Prof. Sabine Rohrmann von der Uni Zürich gestellt, die an der WHO-Studie beteiligt war. Hier ihre Antwort. Nein, es geht um eine Gefahrenbewertung. Das heißt, die Frage, die sich der AJAG oder wir als Gruppe uns gestellt haben, ist, gibt es denn einen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Konsum von verarbeitetem Fleisch und dem Krebsrisiko, im speziellen Dickdarmkrebs? Und das kann man mit Ja beantworten. Das heißt, diese Einordnung in die Kategorie 1 ist durchaus gerechtfertigt. Was diese Sache aber nicht beantwortet, ist die Frage, wie stark ist denn überhaupt dieser Zusammenhang? Das heißt, wie groß ist die Risikosteigerung? Und da muss man natürlich, und das sagt das AJAG ja auch, sagen, dass das Risiko für Lungenkrebs infolge von Rauchen natürlich ungleich höher ist, als das Risiko an Dickdarmkrebs zu erkranken, wenn man verarbeitetes Fleisch ist. AJAG, das ist das Kürzel für die Internationale Krebsagentur. Die Basis Ihrer Meta-Analysen sind ja epidemiologische Untersuchungen, bei denen Menschen über Fragebögen dann letztlich Auskunft zu ihrem Essverhalten gegeben haben. Und diese Aussagen und Angaben wurden dann korreliert mit der Häufigkeit von Krebserkrankungen. Wie belastbar sind denn diese Erkenntnisse, die sich so ableiten lassen? Man muss ja auch darauf vertrauen, dass die Leute immer das Richtige angekreuzt haben auf so einem Fragebogen. Genau, darauf muss man natürlich in epidemiologischen Studien vertrauen. Allerdings muss man hier sagen, es gibt sehr viele Studien dieser Art, die durchgeführt wurden. Das sind große, prospektive Studien, die weniger fehlerbehaftet sind als beispielsweise die sogenannten Fallkontrollstudien. Aber alle zeigen eigentlich ein sehr konsistentes Ergebnis, nämlich dass Personen, die viel verarbeitetes Fleisch verzehren, ein erhöhtes Risiko für Dickdarmkrebs haben. Wobei letztlich den kausalen Zusammenhang Sie ja mit Ihrer Studie nicht wirklich herstellen können, oder? Den Kausalzusammenhang kann man mit epidemiologischen Studien natürlich erstmal nicht herstellen, wenn man nur eine Studie anschaut. Aber wenn man ganz viele Studien hat, die alles in die gleiche Richtung deuten und wenn man auch noch aus vier experimentellen Studien Hinweise oder eigentlich gute Ergebnisse hat, die auch in diese Richtung gehen, dann kann man glaube ich schon sagen, es gibt da einen ursächlichen Zusammenhang. Gerade solche Sachen in Interventionsstudien nachzuweisen, geht ja eigentlich fast gar nicht, weil es ethisch nicht vertretbar ist, zu sagen, ich mache jetzt eine Studie, in der ich 100 Personen sage, sie müssen für die nächsten zehn Jahre jedes Jahr ein Pfund Fleisch essen und den anderen sage ich, sie sollen Vegetarier sein. Das ist halt nicht möglich. Das heißt, wir können uns eigentlich nur auf Beobachtungsstudien stützen, wenn es aber ganz viele Studien dieser Art gibt, die alle mit dem Ergebnis in die gleiche Richtung gehen und wenn es auch aus mechanistischen Studien, aus Tierexperimenten unterstützende Ergebnisse gibt, dann denke ich, kann man schon sagen, da gibt es einen ursächlichen Zusammenhang. Sie und Ihre Kollegen wollen rotes Fleisch künftig in die Gefahrengruppe 2a einordnen, das heißt also wahrscheinlich krebserregend. Verarbeitete Fleischprodukte wie Wurst eben sollen aber in Kategorie 1 fallen, also als krebserregend gelten. Woher dieser Unterschied? Also was genau passiert bei der Verarbeitung von rotem Fleisch, das das Produkt dann noch gefährlicher macht? Was beiden gemein ist, ist das rotes Fleisch und verarbeitetes Fleisch, das ja aus rotem Fleisch in der Regel hergestellt wird, beide relativ viel sogenanntes Häm-Eisen haben. Prinzipiell ist Eisen ein für uns wichtiger Nährstoff, aber wenn es in zu hohen Mengen aufgenommen wird, können dadurch oxidative Prozesse in Gang gesetzt werden, die dann zu Schäden an der DNA, am Erbgut führen. Und was beim verarbeiteten Fleisch zusätzlich noch dazukommt, ist, dass zum Beispiel durch Räuchern polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe entstehen, durch das Nitritzökelsalz werden verstärkt sogenannte N-Nitroso-Verbindungen gebildet und auch diese sind in Tierexperimenten krebserregend. Das heißt, es kommt zu dem Häm-Eisen, das beiden rotem und verarbeitetem Fleisch eigen ist, kommen nochmal Verarbeitungsschritte dazu, die dann eben das Risiko nochmal steigern. Zu Geflügelfleisch macht Ihre Studie keine Aussage. Kann man davon ausgehen, dass das weitgehend harmlos ist? Dazu machen wir keine Aussage, weil wir es einfach nicht wissen. Also zum einen weiß man weißes Fleisch an sich, also nicht verarbeitetes weißes Fleisch, sondern Hähnchenfleisch als solches gegessen, ist erstmal nicht mit einem erhöhten Risiko assoziiert. Das ist zumindest das, was wir aus anderen Studien wissen. Das wurde vom Ajak aber nicht evaluiert. Wenn man aber aus Geflügelfleisch Wurst herstellt, dann wird dem natürlich auch zum Beispiel Nitritzückelsalz oder Salz zugefügt. Es wird geräuchert und da weiß man nicht, welche Konsequenzen das hat. Es wird aber auch noch viel zu wenig verzehrt, als dass man da wirklich gute Aussagen über die Gefährlichkeit machen könnte. Ich denke, das ist dann ein nächster Schritt, wo man dann tatsächlich mal sagen müsste, in einer Studie, wenn das weiter verbreitet ist in der Bevölkerung, dass man sich das mal genauer anguckt. Im Moment kann man da wirklich keine Aussagen dazu machen. Kommen wir auf das rote Fleisch, das Sie analysiert haben, zurück. Also das Gefahrenpotenzial, sagen Sie, ist schon beträchtlich. Aber das Risiko für den Einzelnen dann eben zum Beispiel Darmkrebs zu bekommen, das bleibt ja absolut gesehen relativ gering. Was raten Sie Verbrauchern? Also wie soll man mit diesen neuen Informationen umgehen? Man soll eigentlich mal darüber nachdenken, was man eigentlich isst. Und unsere Empfehlung eigentlich schon seit Jahren als Ernährungswissenschaftler ist, den Fleischkonsum zu reduzieren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt zum Beispiel, nicht mehr als 300 bis 600 Gramm rotes Fleisch pro Woche. Es sollte nicht so viel davon verarbeitetes Fleisch sein. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Empfehlung. Also niemand soll jetzt auf Fleisch verzichten, wenn er es denn essen mag. Aber man sollte vielleicht doch mal darüber nachdenken, was man eigentlich isst und was man zum Beispiel auch der Umwelt damit antut. Ich denke, der ethische Aspekt oder der Umweltaspekt sollte in dieser Diskussion, auch wenn es im Moment primär um Gesundheit geht, nicht unbedingt komplett vernachlässigt werden. Mir kam zu Ohren, Sie sind im Herzen Vegetarierin, essen aber gelegentlich schon mal auch ein Steak. Von Wurst lassen Sie aber ganz die Finger? Ich war noch nie der große Fan von Wurst. Obwohl mein Vater Schlachter ist, war ich da noch nie so der große Fan. Das ist eher eine persönliche Vorliebe. Ich mag lieber das Steak als die Bratwurst. Wenn ich es selten esse, denke ich da nicht über das Gefahrenpotenzial nach. Sondern ich denke, wenn ich das ab und zu esse, dann ist das okay, solange ich das nicht jeden Tag esse. Verarbeitetes rotes Fleisch ist nach Ansicht von WHO-Experten krebserregend. Mit der Folge, dass pro Jahr weltweit schätzungsweise 34.000 Menschen an einem Krebs sterben, der darauf zurückzuführen ist. Informationen zur Neubewertung eines Grundnahrungsmittels waren das von Sabine Rohrmann von der Uni Zürich.